Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute wollen wir uns angucken, wie wir uns selbst ein Paper Wallet erstellen können und was genau das eigentlich ist. Ihr könnt mittlerweile auf vielen, vielen Webseiten Paper Wallets kaufen tatsächlich. Und die sind tatsächlich, ich habe schon Preise gefunden, die haben mich wirklich aus den Socken gehauen, 100 Euro oder sowas, für einfach ein Stück Papier. Gut, okay, es war einfoliert und so weiter, aber ja, also es hatte nicht wirklich irgendeinen Mehrwert. Und da muss ich schon sagen, sowas kann man auch wirklich selber machen mit den Kosten von 5 Minuten Arbeit und einem Papier und ein bisschen Druckerpatrone für ein Papier. Also das ist wirklich absolut kein Aufwand. Wir wollen uns heute angucken, was ist jetzt mal ein Paper Wallet und anschließend wollen wir selber einen erstellen. Wir wollen ihn nicht ausdrucken, das zeige ich euch hier nicht, weil ich habe hier Bildschirm aufgenommen und so weiter. Ich denke mal, einen Drucker bedienen kann jeder von euch, das sollte Voraussetzung sein. Okay, also was ist ein Paper Wallet? Ein Paper Wallet ist tatsächlich ein ausgedruckter Wallet oder ein ausgedrucktes Stück mit euren Keys drauf, die ihr anschließend wieder braucht, um eure Coins, also Bitcoin oder was auch immer Coins, wieder herzustellen. Und das ist wirklich gar nicht so schwer, denn wir wissen ja mittlerweile auch schon, wie wir an diese ganzen Dinger hier drankommen, also was ein Seed ist, was ein Secret Key ist oder was ein Mnemonic ist. Ich kann es immer noch nicht aussprechen, tut mir furchtbar leid. Und ja, normalerweise sind Paper Wallets so aufgebaut, dass ihr erstmal hier drüben euren Private Key habt und hier habt ihr dann euren Public Key meistens, oder besser gesagt die Adresse, an die man Geld überweisen kann, meistens auch als QR-Code angegeben, das wollen wir nachher auch machen. Und ja, dann habt ihr halt sozusagen ein paar hübsche Grafiken noch drauf und das war es dann. Ihr könnt euren Wallet sozusagen auch selber so schön gestalten, wie ihr das haben wollt, das bleibt dann natürlich euch überlassen. So, okay, das ist sozusagen die grundlegende Art. Den Seed, den brauchen wir natürlich, also wenn wir jetzt sagen wir mal ein HD Wallet haben, dann macht es keinen Sinn hier Secret Keys zu speichern, dann müssen wir den Seed speichern. Der Seed wird normalerweise als Mnemonic gespeichert und anschließend dann eben hier abgedruckt. Wenn wir jetzt allerdings nur einen einzigen Key backupen wollen, das heißt nur eine einzige Adresse, dann macht es natürlich hier Sinn, wenn wir hier den Secret Key abspeichern. Das werden wir jetzt in dem Beispiel machen. Wie wir auf Mnemonics kommen oder auf Seeds kommen, das haben wir auch schon geklärt. Die müsstet ihr dann jeweils bei eurem Wallet, was auch immer, oder könnt ihr euch einfach auch selber generieren. Haben wir ja auch schon hier gemacht. So, wir gehen jetzt einfach mal her und schauen uns an, was wir hier haben. So, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Achtung, das sind Beispieladressen. Hier bitte keine Bitcoin oder sonst irgendwas da drauf überweisen. Das sind wirklich nur Beispieladressen. Wir haben jetzt hier über Python, das haben wir schon gemacht. Falls ihr jetzt gerade nicht wisst, wie wir das Ganze gemacht haben, das ist schon ein paar Videos her. Das schaut ihr dann einfach in der Playlist nach. Hier haben wir jetzt einen Private Key generiert, einfach als Hashwert von This is a Coffee Break. Furchtbar schlechte Entropie hier an der Stelle, also das solltet ihr definitiv nicht benutzen. Aber das ist durchaus ein valider Private Key, den wir hier haben. Und dann haben wir das Ganze in den Public Key konvertiert. Den brauchen wir nicht, den Public Key, den können wir wegschmeißen. Und die Adresse ist die hier unten. So, und was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Ich habe an der Stelle mal meine Aufnahme hier, beziehungsweise meine Präsentation hier beendet. Ich kopiere mir einfach diese Seite und dann haben wir folgendes Szenario. Wir wollen jetzt hier irgendwas haben, wo wir was abdrucken können. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Seed, den möchte ich hier ganz gerne reinkopieren. Das heißt, ich gehe jetzt hierher und ich nehme jetzt tatsächlich den Seed. Ich weiß ja, wie dieser Private Key dann entstanden ist. Das heißt, hier einfach den Seed kopieren. Das ist meine Zufallsquelle, die übrigens furchtbar schlecht ist, haben wir schon geklärt. Und die speichere ich hier jetzt einfach drauf. So, das ist es auch schon. Und dann kann ich hier noch den Public Key, beziehungsweise die Adresse rein speichern. Das ist die hier. Einfach hier rein. So, und ziehe das noch ein bisschen zurecht. So, und jetzt habe ich ja geschrieben, dass wir hier relativ häufig auch noch einen QR-Code haben. Warum haben wir hier einen QR-Code? Ups, das wollte ich nicht. Der QR-Code ist sozusagen, damit ihr das Ganze hier nicht abtippen müsst. Normalerweise kann man ja auch für Android-Apps, gibt es ja auch, oder es gibt ja auch viele Android-Apps, die euch ein Wallet zur Verfügung stellen oder sowas. Und mit diesen Wallets habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, an andere zu überweisen. Das machen relativ viele Wallets bei euch oder für euch. Bei einem Paper-Wallet ist das natürlich nicht der Fall. Das Überweisen an andere ist eigentlich ein bisschen Wallet-Funktionalität. Die habt ihr bei einem Paper-Wallet nicht. Ein Paper-Wallet ist wirklich einfach nur, ich speichere mir meine Schlüssel. Und irgendwie muss ja auch Geld auf dieses Paper-Wallet drauf kommen. Aktuell ist es ja einfach bloß ein Public-Key und mein Seed hier. Aus diesem Seed kann ich mir zwar meinen Secret-Key wieder erstellen, aber da ist ja kein Geld drauf. Und mit diesen, ja, mit irgendwelchen anderen Konten, also mit irgendwelchen anderen Schlüsseln, wo tatsächlich Geld drauf ist, müsstet ihr jetzt hier irgendwie Geld drauf überweisen, damit hier überhaupt was drauf ist. Ansonsten ist das halt zwar ein Paper-Wallet, aber da ist halt nichts drauf. So, und dazu müsste man jetzt hier normalerweise diese komplette Adresse abtippen oder Copy-Pasten. Das ist das, was man mit einem Software-Wallet normalerweise macht. Mit einem Paper-Wallet ist natürlich so, dass der ausgedruckt ist. Das heißt, ihr habt im Normalfall keine Möglichkeit, irgendwas zu Copy-Pasten. Das heißt, es ist ein bisschen umständig, das Ganze jetzt hier abzutippen. Und wenn man sich auch nur einmal vertippt, dann kann es passieren, dass das Geld im Nirwana landet oder bei jemand völlig anderem. Das ist ungünstig. Das bedeutet natürlich, wir brauchen hier irgendeine zuverlässige Quelle, sodass wir es nicht abtippen müssen und einfach nur abfotografieren müssen. Und dazu gibt es, wie gesagt, QR-Codes. Das heißt, wir nehmen hier einfach den QR-Code, sagen hier, okay, ich hätte ganz gerne einfach nur Text. So, und das ist jetzt mein QR-Code. Das hier ist der QT-QR-Code-Generator. Aber ich meine, ihr könnt wahrscheinlich mit so ziemlich jeder Android-App oder sowas einfach die Public-Key-Adresse oder halt die Bitcoin-Adresse hier reinkopieren und anschließend den QR-Code generieren. Fehlerkorrektur machen wir hier auf Höchste, würde ich euch empfehlen, damit auch wirklich ganz, ganz sicher ist, damit diese Adresse hier auch wirklich safe da drauf steht. Und ja, jetzt können wir hier eigentlich schon sagen, ich hätte ganz gerne den QR-Code gespeichert. Diese Anwendung übrigens, also ich habe es jetzt gerade schon gespeichert, diese Anwendung gibt es übrigens unter Linux. Unter Windows gibt es wahrscheinlich irgendwelche anderen Anwendungen und wie gesagt, Android-Apps gibt es sowieso zuhauf, die diese QR-Codes hier produzieren. Und ja, jetzt füge ich den einfach mal kurz ein. Bam, und schon ist es fertig. Jetzt ziehe ich mir den hier zurecht und schon bin ich eigentlich fertig. Jetzt kann ich hier noch irgendwelche hübschen Grafiken drauf machen, alles wie ich möchte. Aber aus diesen Informationen habe ich jetzt alles, was ich möchte. Ich kann mir das Ding ausdrucken und bin fertig. Das ist mein Paper Wallet. So, jetzt nochmal kurz, was ist der, also wie gesagt, hier bitte bloß kein Geld drauf überweisen für die Leute, die jetzt vielleicht gerade erst einschalten. Das ist keine richtige Adresse. So, wie kann ich jetzt hier vielleicht irgendwas damit anfangen? Also was mache ich, wenn ich jetzt aus diesem Paper Wallet mein Geld wieder weg überweisen möchte? Also drauf überweisen, einfach irgendwie den QR-Code scannen und ja, dann halt Bitcoin hin überweisen. Alles gut, easy, kein Problem. Aber wie kriege ich aus diesem Wallet jetzt mein Geld wieder raus? Und das ist eigentlich auch ganz einfach. Ihr geht einfach wieder her und sagt, bei irgendwelchen anderen Wallets, also zum Beispiel bei einem Software Wallet oder bei einem Third-Party Wallet, teilweise geht das da auch. Oder eben, ihr erstellt euch selber sozusagen euren Wallet hier zum Beispiel mit der Bitcoin-Bibliothek für Python. Geht das natürlich auch, haben wir auch schon uns angeguckt, teilweise. Und ja, dann habt ihr hier diesen Seed. Das heißt, ihr sagt, das ist mein Seed. Ich hätte ganz gerne alle Keys, die aus diesem Seed kommen, eingelesen. Und dann sagt er hier halt, ja okay, du hast insgesamt eine Bitcoin-Guthaben, falls ihr vorher eine Bitcoin hierher überwiesen habt. Und das war es dann eigentlich auch schon. Das heißt, ihr könnt mit diesem Wallet wieder arbeiten, als wäre es ein ganz normaler... Ja, also eigentlich wirklich keine Magie und ja, eigentlich auch sehr, sehr simpel selber zu erstellen. Sieht immer so fancy aus. Das heißt, packt dann noch ein paar Grafiken drauf und laminiert das Ganze, wenn ihr fertig seid. Das heißt, das ist... Also laminieren bedeutet, in Folie reinstecken. Das könnt ihr in einem Copyshop oder sowas easy machen. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass niemand euren Private Key hier angucken kann. Und ja, ein paar abschließende Worte vielleicht noch. Das ist auch übrigens der Seed, den ihr bei einigen Software-Wallets direkt extrahieren könnt. Das heißt, hier könnt ihr auch wirklich sagen, hey, ich hätte ganz gerne mein Seed. Printet mir bitte den. Und ihr könnt dann einfach sagen, okay, das ist mein Seed. Jetzt hätte ich ganz gerne noch meinen Public Key. Den zeigt euch sowieso jeder Software-Wallet an. Und dann habt ihr auch eigentlich schon alles, was ihr braucht. Okay, cool. Und ja, wie gesagt, das Einzige, was jetzt hier noch als Angriff funktioniert, wenn ihr das ganze Ding ausgedruckt habt, ist wirklich hier diesen Seed abzukopieren. Das heißt, irgendjemand anders guckt bei euch nach, was ist das für ein Seed gewesen. Und wie kann ich, oder weiß, dass das ein Paper Wallet ist und kann diesen Seed dann benutzen, um eben den Wallet wieder zu benutzen und das Geld davon zu überweisen. Also das wäre tatsächlich noch möglich. Aber wenn niemand diesen Wallet angucken kann, dann habt ihr auch kein Problem damit. Gefährlich wird es natürlich hier, wenn ihr euch den Paper Wallet irgendwo kauft. Also das habe ich ja gerade schon erwähnt. Gibt es Hunderttausende davon, die einfach Paper Wallets zum Kauf anbieten. Ja, aber auf diesen Paper Wallets ist ja gerade der Seed und sprich der Private Key auch drauf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das bösartig macht, ist schon gegeben. Also ich meine, der hat im Endeffekt alle Private Keys und die zu speichern ist jetzt nicht so unglaublich schwer. Das heißt, er kann einfach auch sagen, hey, ich hätte ganz gerne einfach den Seed hier gespeichert. Und ich schaue immer mal wieder, wenn jemand was auf diesen Paper Wallet überweist, kann ich mir das einfach klauen. Das heißt, wenn ihr die Paper Wallets irgendwo kauft, seid ihr sogar gefährlicher dran, als wenn ihr irgendwie Software Wallet oder sowas habt. Im Normalfall. Okay, jetzt, das war noch recht viel Gelaber. Und ja, ich glaube, das war es für heute erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.